Und ich sage hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part, Geheimakte 2. Ja, wir müssen irgendwie immer noch, ich möchte die Glühwürmchen noch irgendwie einsammeln, ich weiß noch nicht genau wie. Und diese Venusfalle hier müssen wir irgendwie auch einsammeln, aber ich weiß auch noch nicht... Ach guck mal, das kann ich miteinander verbinden. Aber ich weiß auch noch nicht genau, wie ich das machen soll. Ich kann nicht hinterm Baum vor, ohne entdeckt zu werden. Aber vielleicht stinkt es ja auch von hier aus bestialisch genug, um die Wache zu beeindrucken. Ah, da vielleicht geht er dann weg. Okay, ja, das ist so... Diese Aas, nach Aas stinkende Pflanze. Okay. Hm, die Wache zeigt keinerlei Reaktion. Vermutlich ist die Entfernung einfach zu groß. Ich wollte gerade sagen, vielleicht können wir das noch ranschieben. Wir haben doch hier so ein Bambusrohr. Das Bambusrohr ist leider etwas zu kurz, um dieses stinkende Ungetüm noch näher an die Wache ranzuschieben. Okay, und... Und die Zeltstangen könnten wir doch hier kombinieren. Ich stecke mal zwei Stangen zusammen, damit ich eine etwas größere Reichweite habe. Zapzarab. Okay, dann... Vielleicht geht er dann weg und dann können wir die Venus-Dings da, Bums da einsammeln. Wo kommt denn dieser erbärmliche Gestank plötzlich her? Das hält ja kein Schwein aus! Ja, wunderbar. Ah, okay, ja. Jetzt sitzt er vorne und dann sieht er uns bestimmt nicht. Wenn ich mal ein Bösewicht werden sollte, stelle ich niemals Wachen mit empfindlichen Nasen ein. Okay, dann sammle das mal ein. Das ist gut. Und können wir die Pflanze auch wieder einsammeln? Weil vielleicht brauchen wir die noch. Okay, ja, die haben wir auch wieder. Ja, das ist gut. Dann gehen wir nämlich wieder zum Tempel und die Venus kommt, glaube ich, ganz nach oben. Da schauen wir mal. Wo ist denn hier unsere Venus-Fliegenfalle? Hier oben hin? So, ja, wie war die Reihenfolge? Kann ich das hier nachlesen? Max ist auf der Insel, ein falscher Arzt. Nee, das brauchen wir nicht. Okay. Wir haben ja die Übersetzung hier auch, also dann gucken wir die nochmal an. Laut Überschrift ist dies die Übersetzung der Inschrift an der Tempeltür. Die hat Sam vermutlich in mühsamer Kleinarbeit angefertigt. Hier steht, achte die über allem thronende Göttin. Ja, die Venus, die haben wir drin. Mit ihrem erleuchteten Wesen und dem ewig offenen Auge überwacht sie ihre Untertanen. Doch deren... Ah, ich mach mal weiter, weil das habe ich schon öfter gelesen. Ewig offenes Auge könnte hier die Faunenfeder sein. Okay. Leuchtende, irgendwas leuchtende, das werden die Glühwürmchen sein. Da weiß ich aber noch nicht genau, wie wir die kriegen sollen. Und hier ist noch die komische Ranke. Jetzt gucke ich mal, ob ich da irgendwas kombinieren kann mit der Ranke. Können wir da irgendwas hinmachen, dass dann die Glühwürmchen eingefangen werden? Also, ich will immer meinen grünen Luftballon benutzen. Ich bin fasziniert von einem Luftballon mit Waldmeistergeschmack. Nee, die Bierdose geht auch nicht. Wir müssen halt irgendwie diese Tür aufbekommen. Und die geht nur auf, wenn wir die richtigen Gegenstände hier in diesen Mechanismus legen. Und da... Oh ja, guck mal. Hier, die Flagge kann ich da ran machen. Ich würde erst mal die Spinnweben wegmachen. Ach, haben wir die... Haben wir doch letztes Mal schon weggemacht. So. Und jetzt die Flagge aufhängen. Okay. So, und nun? Haben wir hier eine Flagge. Die Flagge weht langsam im Wind hin und her. Ja, und die Glühwürmchen? Kleine Leuchtkäfer. Wunderbar. Ja, die fliegen da aber ja auch nicht gegen oder so, ne? Also irgendwie... Ha. Ja, das ist ein bisschen komisch. Ja gut, ähm, dann würde ich sagen, gehen wir mal Richtung Camp. Vielleicht haben wir da irgendwas noch übersehen. Wir sollen ja auch irgendwas Stummes. Und das könnte natürlich schon ein Fisch sein oder so. Äh, gucken wir den Fluss mal. Aber wie sollen wir denn... Ah, hier ist noch ein Ast. Den haben wir da noch gar nicht. Das ist ein Wunderwerk der Natur. In Fachkreisen auch Ast genannt. Ja, nimm mal mit. Das geht so nicht. Okay, warum nicht? Mit den Zeltstangen? Nee. Mit dem Bambus vielleicht? Nee. Okay, okay. Den Zaun können wir da auch nicht rantüdeln. Den Zaun können wir im Fluss stellen. Warum auch immer. Ah, da können wir vielleicht einen Fisch mitfangen. Wie eine Reuse oder so. Clevere Fischchen. Statt sich im Zaun zu verfangen, springen sie einfach drüber. Respekt. Ah, das heißt, wir müssen jetzt hier noch irgendwie... Ja, dann brauchen wir unsere Flagge mal wieder. Also vielleicht hängt die da ja auch falsch. Dann müssen wir mal nochmal zum Tempel gehen. dass wir den verbinden. Also diese Flagge verbinden mit dem Ast und... Ach, guck mal an. Ah, die Spinne hat jetzt hier drüben das Spinnennetz gemacht und da sind jetzt die Glühwürmchen drin. Das ist ja clever, clever. Sehr cool. Dann nehmen wir die mit. Da kommt meine Kleinen. Ich werde euch heldenhaft vor der bösen Monsterspinne retten. Sehr cool. Okay. Ja, dann machen wir die doch hier auch mal rein gleich. Würde ich sagen. Leuchtende Untertanen. So, das machen wir jetzt hier noch rein. So, und jetzt möchte ich noch einen Fisch fangen. Der ist ja stumm. Also die Stummen und die Obdachlosen. Wir brauchen jetzt noch was Stummes und was Obdachloses. Stumm, denke ich, wird ein Fisch sein. Also da, ähm, ja, man sagt ja auch als, ne, stumm wie ein Fisch oder so. Also da gucken wir mal, ob wir da jetzt irgendwie einen Fisch gefangen kriegen. Das wäre ja nicht schlecht. So. Das geht so nicht. Ja, 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 ja. Du sollst ja auch hier die Flagge daran tüdeln. Ah ja, siehste, das geht. Das ist doch gut. Die Flagge als Fischfänger. Ja, okay, warum nicht? Einen Versuch ist es wert. Ja, das denke ich doch auch mal. Schaden wird das auf jeden Fall nicht. So, ja, perfekt. Na, das ging ja schnell. Vielleicht sollte ich mal über eine Karriere als Fischer nachdenken. Ja, siehste. Sehr schön. Okay, dann nehmen wir mal den Zaun wieder mit. Der steckt da ziemlich gut drin. Und den Fischen scheint es auch zu gefallen. Ach so, okay, dann, ähm, ja, dann lassen wir das. Jetzt haben wir hier einen Fisch, den gucken wir mal an. Mein erster selbstgefangener Fisch. Und? Nein, er ist nicht tot. Ja, ja, der schläft nur, genau. Was haben wir denn sonst hier noch? Haben wir noch irgendwas übersehen? Ach, guck mal, hier ist ein Frosch. Den gucken wir mal noch an. Ganz schön groß. Der wiegt bestimmt 200 Gramm. Würde mich nicht überraschen, wenn der mehr als nur Fliegen frisst. Und ein Stein? Ein Stein. So flach wie die Witze von... Von der Dame, an die ich nicht mehr denken will. Okay. Alles klar. Ähm, ja, wenn der jetzt... Brauchen wir den Frosch vielleicht irgendwie? Können wir den hier fangen? Bis ich durch das Wasser gestiefelt und bei dem Frosch angekommen bin, ist er schon längst zum nächsten Blatt weiter gehüpft, klopft sich auf die Schenkel und lacht mich aus. Und von einem Frosch ausgelacht zu werden, ist definitiv nicht gut für mein Ego. Ja, das ist wohl auch wieder warm. Aber wir haben ja hier noch diese stinkende Pflanze mit den ganzen Fliegen dran. Wenn wir die jetzt hier hinstellen, vielleicht kommt der Frosch doch, vielleicht können wir die dann fangen. Den Frosch. So, komm, putt, putt, Froschlein. Da sind nämlich die ganzen Fliegen. Das Ding stinkt selbst von hier aus noch bestialisch nach Ars. Und die Fliegen kommen auch schon an. Ah ja, siehst du. Der scheint ja mächtig Hunger zu haben. Mal schauen, ob er durch das Futter so abgelenkt ist, dass ich ihn fangen kann. Ja, das, ähm, schauen wir mal. Hoffentlich. Ja, ich hab einen Frosch gefangen. Hätte nie gedacht, dass es so einfach ist, Frosche zu fangen. Ja, ist ein Frosch denn irgendwas ohne... Na, ich, ähm, ohne... Also, ein Obdachloser? Ich weiß es nicht. Buh, nicht so einfach. Okay. Alles klar. Wir können natürlich... Ach, warte mal. Können wir die Bierdose hier nicht irgendwo... Warte mal. Irgendwo hinstellen oder so. Also, weil er hat erzählt, er, ähm, er trinkt kein Bier und das haben die irgendwie immer mit Nacktschnecken gemacht. Guck mal, auf den Stein können wir das... Nee, können wir nicht. Ich dachte gerade. In den Fluss hinein. Das will ich den armen Fischen nicht zumuten. Okay, aber irgendwas müssen wir bestimmt damit machen noch mit dieser Bierdose. Also, irgendwo für brauchen wir die ja ganz bestimmt. Das ist ja komisch. Das ist ja komisch. Okay. Wo können wir die denn mal hintun? Die Bierdose. Habe ich hier noch irgendwas übersehen? Was ist das denn hier noch? Ach so, das ist der Flaggenmast. Ja. Kannst du den auch noch mit... Der steht tief und fest in der Erde. Okay. Gut. Naja, hätte ja sein können. Wir können auch hier nichts... Na gut. Aber also, wir können ja mal den Fisch reinlegen. Noch hier. Weil er hatte von Schnecken erzählt. Also, eine Schnecke wäre für mich schon... Also, eine Nacktschnecke oder so ist dann schon ein obdachloses Tier. Okay. Jetzt haben wir da einen Fisch drin. Jetzt probieren wir mal den Frosch aus. Passiert nichts. Vielleicht befindet sich ja unter all den Sachen, die ich in die Nischen gestellt habe, der ein oder andere falsche Gegenstand. Ja, dann... Dem Frosch scheint es hier zu gefallen. Ja, dann nimm den mal wieder an dich. Also, das ist... Gehen wir mal nochmal zum Camp zurück. Das Totem wollten wir ja so lassen. Da wollte er nichts dran ändern. Und jetzt gucken wir hier dann mal gleich nochmal hier auf unseren... Lauf mal ein Stück weiter hier. Schauen wir mal, habe ich hier noch irgendwas übersehen? Nee, hier ist der Ast. Das Feuer, das ist da. Den Hibiskus, da haben wir schon was Rotes draus... So eine rote Pampe draus gemacht irgendwie. Das haben wir auch. Den Rucksack haben wir untersucht. Dann laufen wir noch ein Stückchen. Ach so, den Garten haben wir noch gar nicht angeschaut. Das können wir noch machen. Den muss Sam angelegt haben. Der Zaun scheint aber nicht viel gebracht zu haben. Die meisten Blätter sind von Schnecken angefressen oder sogar komplett abgekaut. Also, da sind Schnecken. Ich weiß nicht mal, was davon angepflanzt wurde und was Unkraut ist. Botanik zählt nicht zu meinen Steckenpferden. Ja, das ist schlecht. Okay, aber wir können vielleicht, können wir da die Bierflasche, da die Bierdose hinmachen. Ja, das geht. Siehste, dann können wir eine Schnecke fangen. Mit Speck fängt man Mäuse und mit Bier fängt man Schnecken. Gärtnerweisheiten sind immer noch meine Lieblingsweisheiten. Okay, haben wir da jetzt eine Schnecke drin? Noch keine Schnecke in Sicht. Vielleicht mögen Sie kein Leitbier. Ich hätte dafür vollstes Verständnis. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal nochmal hier hin zurück. Lassen die Bierdose da noch ein bisschen stehen. Das wollte er ja nicht einsammeln. Aha. Ach, guck, jetzt ist das Spinnennetz auch wieder auf der Seite. Okay, jetzt gehen wir mal zum Camp zurück. Vielleicht braucht man da einmal so Szenenwechsel. Ah, da ist eine Schnecke jetzt dran. Guck an. Über den Rand der Dose kriecht eine Nacktschnecke und will sich besorfen. Ja, siehste, Nacktschnecke, perfekt. Sie hat sich tatsächlich auf die Dose verirrt. Ich werde sie mal retten, bevor sie jämmerlich ersäuft. Genau, so. Alles klar, können wir die Bierdose wieder mitnehmen. Die Dose ist offen. Ich lasse sie da stehen, sonst kippe ich mir das Zeug wieder in die Hose und stinkt die nächsten drei Tage nach Kneipe. Okay, dann packen wir die Schnecke da noch rein und dann hoffen wir mal, dass die Tür aufgeht. Ähm, so. Aber was machen wir denn mit dem Frosch jetzt hier? Komisch, nichts passiert. Dabei bin ich mir sicher, dass ich die richtigen Objekte in die Nische gestellt habe. Ich sollte die Gegenstände einfach mal anders anordnen. Okay, dann hören wir uns die Inschrift nochmal an. Wenn sie mit ihrer Übersetzung recht hatte, dann steht da, achte die über allem thronende Göttin. Das haben wir. Mit ihrem erleuchteten Wesen und dem ewig offenen Auge überwacht sie ihre Untertanen, den Stummen und den Obdachlosen. Okay, alles klar. Dann tauschen wir mal den Fisch mit der Nacktschnecke aus. Geschafft. Jawohl. Ich bin ja so toll. Ich sollte mal die Hauptrolle in einem Film bekommen oder in einem Computerspiel. Dann wollen wir mal schauen, was da alles im Tempel auf mich wartet und wie ich an Sam rankommen kann. Okay, ja, ich bin gespannt. Au, irgendwo in der Nordsee. Ah, ich sag ja, das Schiff ist gekentert. Oh, was war das denn? Ich werde vom Barkeeper beschossen, der in einem Hubschrauber davonfliegt, bevor eine gigantische Monsterwelle das Schiff verschlingt? Habe ich das jetzt geträumt? Warum schießt der Typ auf mich? Und wusste er von der Welle oder hat ihn der Hubschrauber rein zufällig genau im richtigen Moment aufgelesen? Wohl kaum. Schließlich hat er schon die ganze Zeit vom drohenden Weltuntergang und der Errettung durch diese Puritas Cordes-Sekte geschwafelt. Was hat das alles zu bedeuten? Bei Poseidon. Wenn ich mich hier so umschaue, dann habe ich aber offenbar jetzt erstmal ganz andere Probleme. Das Schiff ist zwar noch nicht gesunken, aber da es von der Welle umgekippt wurde, scheint dies wohl nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Ich muss hier raus. Und zwar schleunigst. Ja, okay. Aber an dieser Stelle machen wir tatsächlich dann im nächsten Part weiter. Ich danke wie immer sehr fürs Zuschauen und hoffe, dass wir Nina da aus dem Schiff noch retten können. Und sage bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao. 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 Ciao.